Ich meinte jetzt mich, nicht den Pinguin. Okay, der Pinguin ist auch ein Idiot, aber ich auch. So, muss ich die jetzt nochmal einsammeln? Ja, muss ich. Hä, was ist denn was? So. Ich gehe jetzt hier oben. Geh runter. Okay. Okay, okay, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Wir müssen. Wir müssen. Und da hat es aufgehört. Wir müssen. Hey, hoch mit dir da, Batman. Wo denn? Da, da bist du. Okay. Da ist einer alleine. Komm mal. Komm. Wie sollen wir denn hier rauskommen, Mann? Gar nicht. Ach, halt's Maul. Wir müssen weiter suchen, sonst sind wir alle tot. Oh ja. Sag dich feiglich. Ne, das mach ich nicht. Ich verliere die Geduld. Du verlierst die Leute. Mal sehen, wer zuerst bei Null ist. Ich. Nicht. Du wirst als erstes bei Null sein. Ha. Und gleich wirst du noch einen finden. Oh ja. Sehr gut. Jetzt klappt das so, wie ich das eigentlich dachte. So, einen brauche ich jetzt noch. Die hängen los zusammen. Das ist für mich nicht so gut. Wie sollen wir denn hier rauskommen, Mann? Gar nicht. Halt, Maul. Wir müssen weiter suchen, sonst sind wir tot. Was ist los? Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Ne. Versucht ihr mich zu veraltern? Findet ihn! Haha. Ne. Ihr habt den Pinguinen gehört. Bewegung. Okay, der geht nach unten. Da ist mein nächstes Ziel. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Schon wieder? Oh Gott. Da liegt noch einer von unseren Jungs. Oh ja. Hi. Und den letzten kann ich verhören. Was ich bin? Einfach eine Fledermaus. Die dich zerhackt. Und frisst. Da lebt doch nur noch einer. Du bist ja drauf, ey. Da lebt doch nur noch einer. So, den muss ich jetzt unbedingt verhören. Ihr seid alle eine große Enttäuschung. Ich glaube, ich werde euch alle enttäuschen lassen. Hier, hallo. Riddler. Rede. Bitte, bitte tu mir nichts. Ich sag alles. Vielen Dank. So, alle ausgeschaltet und den Riddler-Informanten verhört. So sollte das sein. Und jetzt machen wir endlich diesen Unterbrecher kaputt. Denn ich habe einfach mal Lust, hier alles kaputt zu schlagen. Los, Batman. Zeig deine wahre Kraft. Ja, nicht das rumhüpfen. Das ist natürlich nicht deine Kraft, ey. Oh. Der verarscht mich hier schon wieder. Mach ihm einfach keinen Punz. Danke. Ja, genau. So ist richtig. Und kaputt schlagen. Richtig. Endlich. Jetzt klappt hier endlich mal was. Hurra. Man muss immer nur auf die Geräte draufhauen. Und dann funktioniert plötzlich alles. Ja. Das war der letzte Störsender. Jetzt müsste ich eigentlich in das Museum kommen. Oh, eine Errungenschaft. Ach, ich hasse sowas. Also nicht Errungenschaften. Die finde ich gut. Moment. So, jetzt muss ich erstmal kurz zu der eine Wand hier nochmal finden. Die ich kaputt machen konnte. Da ist sie. Dahinter ist bestimmt was. Ja, ich sehe das schon. Da ist eine Trophäe dahinter. Hä, wie soll ich das da ran... Wie soll ich das denn da ran sprühen? Ah, gar nicht. So ist natürlich auch gut. Cool. So, dann wollen wir mal wieder zurückgehen. Schön, dass ich hier so viel freischalte. Das gefällt mir. Stufenaufstieg. Super. Das gefällt mir noch mehr. Verstärkt Gleitangriff. Nein. Ich brauche mal eine bessere, kugelsichere Weste. Weil das regt mich ein bisschen auf, dass ich ständig hier sterbe, wenn die mich anballern. So ist richtig. Schön. Jetzt halte ich auch ein paar Kugeln aus. Wie? Doch, ich wollte schon sagen, wie? Ich komme hier nicht raus. Nein, Batman, das war nicht ganz richtig. Also, du kommst irgendwie aus der Übung, Batman, habe ich so das Gefühl. Was zum Lenker ist da unten los? Hallo, hat dir jemand die Güte zu antworten? Ja. Ich habe nur von euch verlangt, dass ihr ein paar beknackte Maschinen aufstellt. Und was ist? Nicht einmal das könnt ihr. Ich hoffe, dass euch Batman jeden einzelnen Knochen bricht. Ich hoffe, dass ihr gar nicht unverzweifelt nach Luft schnappt, weil eure Lungen von euren Rippen durchbohrt wurden. Wenn dem nicht so sein sollte, dann rate ich euch, euch aufzuraffen und die Beine in die Hand zu nehmen. Denn nach Batman kümmere ich mich um euch. Ach, Mann. Hör doch mal auf. Da war übrigens was Grünes, habe ich gerade gesehen. Ich muss hier mal rein. Hier war eben gerade was Grünes. Ach so, das ist nur so ein Fragezeichen. Hey, das sehe ich ja gar nicht so. Oh, das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Ah ja, warte mal, da hinten ist noch was. Hä? Ach so. Oh, das soll ein Fragezeichen AG. Das ist ja richtig cool. Das ist geil. Das finde ich... Wow. Das ist zwar... Das ist richtig genial. Ich hatte mich schon gefragt, wo ist denn der Punkt? Das finde ich cool. Respekt, Riddler. Respekt. So, darf ich jetzt hier mal raus? Kann ich diese Tür kaputt machen? Nein, natürlich nicht. Oh. Wo war denn jetzt nochmal diese Trophäe? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, es war nicht hier in diesen Räumen. Kommt hoch da, Bessin. So, wir wollen eigentlich noch den Freezer befreien. Das ist so mein Ziel noch gewesen. Aber mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Ich habe ja nicht mehr so viel Zeit. Und die Aufnahme ist ja auch schon wieder ein bisschen länger als gewollt. Naja, so lang ist sie jetzt nicht. Aber sie ist halt etwas länger. Moment. Ich muss hier mal kurz rein, mal reingucken. Da ist doch bestimmt was hinter. Da verbirgt sich irgendwas hinter. Also irgendwie fehlt mir immer dieses Geräusch, wenn er den Lüftungsschacht aufreißt. Da müsste so ein richtiges Krachen kommen. Und nach dem Motto, rausreiß. Aber das passiert nicht. Aha, aha, aha. Hier leuchtet es grün. Guten Tag. Das gehört jetzt mir. So. Und jetzt holen wir uns noch eine. Die war, glaube ich, irgendwo hier in der Nähe. Ja, hier war noch was. Das wollten wir mal aktivieren. Nein, das war nicht richtig. Ja, genau. Wir hacken jetzt mal das Gerät. Was mir das genau bringt, weiß ich noch nicht. Mano. Ich kriege es noch hin. Ich kriege es noch hin. Jetzt kommt. Find. Find es. Jetzt. Kommt. Was ist los? Ah. Ach so, ja stimmt. Abteil. Ach ja. Ich habe schon wieder vergessen, wie das funktioniert. Krass. Was ist das denn hier? Was befindet sich denn hier? Hier will ich aber noch gar nicht lang. Mal gucken. Was gibt es hier drüben noch zum Knacken? Hier gibt es auch noch was zu knacken. Ach so. Das hat sich jetzt damit erledigt. Oder was? Nee, das ist doch was völlig anderes. Wie ist das denn da? Hey, da oben ist ja jemand. Hallo. Da ist ja jemand. Ähm. Nee. Ich gehe jetzt einfach mal noch weiter zurück. Warte mal. Hier ist ja noch ein Ding. Oder ist das auch schon jetzt aktiviert? Nee, das ist rot. Und das werden wir... Das kann ich noch nicht. Diese Konsole wurde mit Tiger-Verschlüsselungsprotokollen geschützt. Um sie zu knacken, brauche ich Zugriff auf das Hauptsteuerprogramm, das Strange benutzt. Ja, na toll. Super. Also, das kann ich noch nicht. Das ist ja doof. Das ist ja richtig scheiße. So. Dann muss ich mal rausfinden, war das hier oben? Jetzt bin ich ja... Obwohl. Doch, hier könnte das auch noch sein. Jetzt komm, rüber hier, Mann. Mandometer. Doch, hier war das. Hier war das. So, hier komm ich bestimmt rein. So, erstmal den ersten Teil hier lösen. Gut, und jetzt den zweiten Teil lösen. Ah, Tickets. Sehr interessant. Ja, mach die Tür auf. Danke. Vielen Dank. Nochmal eine Trophäe. Ich find das gut, ey. Die Trophäen, die tun immer richtig gut, wenn man die findet. Das macht mir richtig viel Spaß. Nee, hier will ich nicht lang. Hier geht's wieder raus. Was? Neue Nebenmissionen identifiziert. Wie kann man denn Nebenmissionen identifizieren? Ah ja, hier. Das durfte ich nicht nehmen. Da hinten hatte ich eins gefunden. Wo war denn das mit dieser Bombe? Irgendwo war doch hier noch dieser Raum. Ich hab's schon wieder vergessen. Wo ist der denn? Wo ist der Raum mit der Bombe? Das muss doch hier irgendwo gewesen sein. War das hier? Nee. Ach, jetzt sind beide Türen offen. Ah, ich verstehe. War das hier vielleicht? Nee. Hier war das auch nicht. Ach, Mann, wo? Wo war das denn? Hallo, wo war das denn? Kann mir mal jemand helfen? Ich suche das mit der Bombe. War das hier irgendwo? Ja, doch, doch. Ich glaube. Oder doch nicht. Nee. Hä, von hier komm ich doch. Boah, ich bin so verwirrt. Nee. Hä, wo ist denn das? Das muss hier irgendwo sein. Ich hab das übersehen. Tut mir leid. Also, jetzt sind das. Das muss ich natürlich noch. Was? Was? Was ist denn jetzt hier kaputt gegangen? Was war das denn? Was geht denn hier einfach mal völlig in die Luft? Hm. Ich hab vergessen, wo das war. Oh, kann man das ehrlich so schnell vergessen? Ich bin echt inkon... In, in, in... Total inkonsequent. Ich bin total doof. Hier war das. Ja, 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 komm. Hier ist das. Jawohl. Was fängt mit einem Ticken an und endet mit einem Knall? Ja, Bombe. Weiß ich doch schon. Nein, halt. Was machst du da? Was machst du da? Hör auf damit. Hör auf. Mach das zu. Das hier sollst du hacken. Ja, wir suchen Bombe. Weiß ich doch schon. Oh, das ist tatsächlich noch ein bisschen schwerer. Bombe. Was? Sackgasse? Das ist doch völlig unlogisch. Das verstehe ich jetzt nicht. Ah. Drei. Zwei. Eins. Und dem Darklight ist es nicht gelungen, meine Herausforderung zu bestätigen. Hä? Hä? Was? Ich verstehe nicht. Bitte? Hä? Überrascht mich nicht. Ich wusste, dass ich besser bin als du. Ähm. Riddler hat diese Todesfalle so erschaffen, dass sie unmöglich lösbar sein soll. Du wirst alle Ausrüstungsgegenstände und Verbesserungen brauchen, um ihn zu überlisten. Okay, also kann ich das vielleicht doch noch nicht schaffen? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber eigentlich dachte ich... Mann, oh. Jetzt muss ich kurz nochmal überlegen. Was fängt mit einem Ticken an und endet mit einem Knall? Ja, eine Bombe, das heiße ich doch. Bombe, hä? Sackgasse? Sackgasse kann nicht richtig sein. Nee, das kann nicht richtig sein. Aber es muss richtig sein. Das kann aber nicht richtig sein. Das kann unmöglich richtig sein. Komm, komm, komm. Mach hinne. Manno! Warum sammelst du, dass du dich einst? Eine Herausforderung zu bestehen. Oh! Hä? Ich dachte, ich muss... Ja, ja, komm. Ja, ja, komm. Nein, sowas. Wie... Wie absehbar... Jetzt halt doch mal die Gusche, Mann, Riddler. Ich denke eigentlich, dass ich innerhalb dieser 1, 2, 3 Sekunden die ganzen Profil hinein sammeln muss. Aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Was fängt mit einem Ticken an und endet mit einem Knall? Ja, ja, eine Bombe. Aber was hat das Ganze zu bedeuten? Das weiß ich nicht. So, Sackgasse. Ja, komm, komm. Hau rein. Hau rein, Mann! Ja, Mann, hau rein. 3, 2, 1. Und dem Dark Knight ist es nicht gelungen, meine Herausforderung zu bestehen. Hä? Das habe ich jetzt nicht kapiert. Okay, anscheinend... Kann ich das doch noch nicht machen. Hat sich dein primitives Gehirn damit abgefunden, dass ich, der Riddler, dir überlegen bin? Nein. Eindeutig nicht. Aber gut, dann lasse ich das jetzt. Tut mir sehr leid, dass ich mich daran aufgehalten habe, aber... Mann, oh, ich will diese... Ich will das lösen. Rätsel... Also mich persönlich sprechen Rätsel immer sehr an.